Hallo und willkommen zurück zu Citadel Forged with Fire Oder Forged with Fire Wir haben die Höhle geplündert, sind auf dem Heimweg und schauen uns jetzt an was wir bekommen haben Für Zeugs, also wir haben die Höhle mit Ach und Krach geschafft Wir haben aber festgestellt, wir sind noch verdammt schwach auf den Beinen Wir brauchen bessere Fähigkeiten, wir brauchen bessere Ausrüstung Heilregeneration, all das brauchen wir Und deswegen hier an dem Lager möchte ich nicht noch mal reingehen Ist zwar gut zum Leveln, aber wir sind mal gerade Level 10 Ich weiß gar nicht wie hoch das Level überhaupt geht Gibt es Tiere, wir müssen uns ums Zähmen kümmern, genau Die einem mitkämpfen, so ein Bär oder so, der wäre ja nicht schlecht Den wir dann mit in den Kampf schicken können Also als Magier, dort waren Bär rufen können Oder Drache oder es gibt ja hier Drachen und so Aber man wisst ja, die am Anfang hier verschärzen Sind wir an unserer Hütte jetzt vorbeigelaufen oder was ist? Was ist jetzt hier los? Wir müssen ja hier schon fast an unserer Hütte sein oder? Warte mal Ich glaube noch eine weiter Da ist steht in unserer Hütte und dann schauen wir, was wir bekommen haben Letztendlich Wir haben vieles geloot, ich glaube vier oder fünf Steine haben wir bekommen Aber das ist ja echt wenigen Vor allem, wenn man dann immer so weit laufen muss So erstmal wieder gucken, was hier für Gesindel um unser Haus rum schleicht Was wir direkt mal wegnatzen können Und ich muss definitiv mir Äh Ne, hier scheint nichts zu sein, das ist schon mal gut Definitiv die Dings umlegen, hier R und T-Taste Auf meine Maus kommt die drauf So schnell hoch Hinter uns rein die Türe zu So Dann können wir jetzt mal gucken, was wir alles bekommen haben Wir machen mal hier auf Oh, wir haben sogar ein Amulett bekommen Das ist doch cool Hast du das jetzt angelegt oder nicht? Ich glaube ich habe es angelegt, ne? Habe ich es angelegt? Ne, habe ich nicht Wo habe ich es denn jetzt hingetan? Ich will es anlegen So Mal zu C Amulett Wo kommst du hin? Hier Ne What the hell Level 15 Ja prima Dann können wir das da reinpacken So So ein Damage-Tab haben wir bekommen Können wir den denn anlegen? Level 9 So Damage, ne? Wir waren uns einig, dass wir Damage machen Leben So Äh, ja Gold Wo ist dieser Procedure Stone? So wie viel brauchte ich für den Magischen Dritter Da Was könnte ich bei Small? Ne Bei Medium war Da kommen wir 4 Dann haben wir wenigstens ein Respawn Point, ne? Den Verwetten wir da drauf Zack So muss ich mich jetzt hier irgendwie binden oder so Ne, aber das heißt jetzt Ich werde jetzt hier wieder belegt, richtig? Richtig Richtig Haben wir doch recht gehabt, ne? So jetzt haben wir natürlich immer noch nicht unsere Kette, aber Wie hoch kann man die hier stacken? Dann haben wir hier Leder bekommen Mushrooms Wieder jede Menge Hier die Steine haben wir bekommen Das haben wir bekommen Gold haben wir bekommen Aber wir haben genug Zeugs bekommen Ähm Ja Äh Wir haben auch noch Punkte bekommen Die wir investieren können So Wir haben 4 Punkte Jetzt müssen wir uns gut überlegen, was wir wollen Wollen wir eine Walk Bench haben? Wollen wir eine Klamotten Dings haben? Oder wollen wir jetzt erstmal gucken, ob wir Zauber dazu bekommen Der hier macht schon mehr Damage, ne? Kostet aber 3 Punkte Was kann der Arcan 100% Damage 140% Warum soll ich den denn nehmen, wenn der Ich glaub das ist nur was für kleine, ne? Der reizt mich ja auch schon, aber der kostet dann 4 Punkte Der kostet 1 Maler, der kostet 12 Maler Ich glaub Ja Spells Können wir erst ab 15 verbessern, ne? Ich glaub wir würden den Stab nehmen Den Stab werden wir auf jeden Fall nehmen Haben wir noch einen Punkt über Den können wir Hier rein stecken oder Defense Was ist Defense? Spike Bisher hatten wir jetzt noch nichts, was uns wirklich angegriffen hat Tailor Können wir nicht lernen Das können wir auch nicht lernen Dammit Hier so ein Healing Pot können wir auch nicht lernen Aber man kann ja so viele Sachen machen, die man braucht, Mensch Ich glaub da ist man besser bedient, wenn man zu zweit oder zu dritt spielt So den Stab hab ich doch jetzt Ähm Komm Learning by doing Zack Dann gucken wir mal den Stab Wenn wir den jetzt bauen Wahrscheinlich brauch ich da für ne Workbench Passt mal auf Bei meinem Glück Brauchen wir da jetzt eine Workbench für Äh, war das mit Null Da brauchen wir schon zwei jetzt für, ne? Ne, eigentlich steht selbe Gut, okay, aber gut zu wissen Ähm Weapons Ne, die können wir bauen Den können wir bauen Da, Workbench Sag ich doch Als hätte ich's gewusst, ne? Also ich weiß nicht, warum ich immer so da drauf komme Aber Ihr seht's, dass das immer richtig ist Ist doch kacka Was ist hier Toso? Legs Haben wir auch noch nix Feed Aber wir können mal nach Dings gucken Wartet mal Ähm Wir können nach diesem Papier gucken Da, zum Themen Irgendwie habe ich hier was zum Themen gesehen Wo war das? Irgendwie habe ich hier was zum Themen gesehen Beziehungsweise, solange wir hier in der Bude sind Da, Taming Zum Können wir folgendes machen Solange wir hier in der Bude sind Können wir Dinge schmelzen Eisen Holz Brauchen wir für diese Taming Rollen Das ist das gleiche Die brauche ich später Ja Was läuft da jetzt draußen rum? Bestimmt so ein Alec, oder? Wo ist der? Das macht mich ruhig aus dem Hase Oh Gott sei Dank So, pass mal auf Setzen wir den da hin Ups, dann machen wir jetzt hier erstmal Jede Menge Gold Weil das gibt uns Punkte auf jeden Fall Ne? Dann kann er jetzt hier diese Barren machen Und wir kriegen Punkte dazu In der Zeit widmen wir uns denn den Da war das die hier, ja, die sind das ne Dann machen wir die mal hier Das gibt dann auch nochmal Punkte, ne? Und so kommt man dann halt schneller hoch, ne? Also unser Schaden habt ihr gesehen, der war ganz schön mickrig, ne? Aber ich finde das mit dem Zielen finde ich auch gut, ne? Kriege ich keine Punkte mehr, warum? Weil ich sieben habe So, und wie geht das jetzt mit der Taming Rollen? Brauchst du wahrscheinlich wieder Oh, guck mal, ich kann einen Besen machen zum Fliegen Ha, ich kann einen Besen machen zum Fliegen Ah, da brauch ich schon garantiert einen Walk Bench Hier Taming Ach, die kann ich noch gar nicht Ich kann jetzt ab 15 Level 15 Taming Also alles spielt sich ab Level 15 ab Ich würde sagen, dann mache ich jetzt hier eine größere Pause Und schau mal, dass ich auf Level 15 komme Das, ja, du brauchst wieder eine Work Bench Eine Work Bench haben wir auch noch nicht Die Work Bench bekommen wir wieder Äh, was haben wir gesagt? Work Bench Äh, wo war's? Die Work Bench bekommen wir im nächsten Level ab Also das dauert jetzt noch was Das heißt, ich werde jetzt erstmal eine Pause machen Mit dem, äh, und schauen, dass wir hier hochleveln ein bisschen Und wenn es denn noch was Relevantes gibt, dann schalte ich nochmal ein Wie gesagt, es war jetzt nur ein Ersteindruck Ich hoffe vor Weihnachten, habt ihr die Gelegenheit, äh, ja, euch noch zu entscheiden Wenn ihr noch ein Spiel sucht, was euch vielleicht ein bisschen liegt Dann kann man dieses Spiel wirklich nur empfehlen Ansonsten würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss Ich weiß nicht, ob es denn noch weitere Folgen gibt Wir machen ja meistens immer Gameplay in 12 Folgen, ihr wisst es ja Und, äh, es wird sicherlich mal eine andere Staffel geben Auf dem Multiplayer-Server mit anderen Spielern Wenn ihr das Spiel auch spielt und wir sollen es mal zusammen spielen oder so Könnt ihr das mir auch gerne in den Kommentaren schreibe Ansonsten würde ich sagen, äh, bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt Und würde mich freuen, wenn ihr denn, äh, wieder dabei seid Wenn es heißt, Citadel Forged with Fire Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen Vielen Dank, dass ihr die ganzen Folgen zugesehen habt Tschüss, ciao und bye-bye